Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Wiseguys Videoblog. Unser Bass Ferans hört auf, das hat sich mittlerweile herumgesprochen, leider, aber wir müssen nach vorne schauen. Wir suchen einen neuen Bass und was wir uns von dem vorstellen, davon handelt diese neue Folge des Wiseguys Videoblogs. Also wir haben kein Muster, wir haben keinen Prototypen, wo man eine Checkliste hat und wenn man die abhakt und alles da ist, dann ist das der neue Bass für die Wiseguys. Also er muss eine gute Stimme haben und er muss gut sein auf der Bühne und er muss den Leuten auch etwas anderes bieten und mehr noch bieten als ich. Ich glaube eines der wichtigsten Themen wird sein, dass da jemand ist, der sehr präzise und sehr rhythmisch genau und sehr tonal genau dieses Bass-Schlagzeug beherrscht, was nicht sehr verbreitet ist. Also es gibt Leute, die Mouth-Drumming beherrschen, es gibt Bässe und wir suchen einen Bass, der beides kann und der das kombinieren kann. Das kann man aber auch lernen, das muss nicht einer sein, der das schon jahrelang macht, sondern es muss jemand sein, der flexibel genug ist, das zu beherrschen und der dann sich auch in unsere Songs reinfummelt damit. Ob das einer ist aus Bayern oder aus Sachsen oder aus Düsseldorf oder so oder aus Hürth, das wäre mir zum Beispiel völlig egal, ob der groß, klein, dick, dünn ist. Ich meine, es muss jemand sein, der irgendwie altersmäßig ein bisschen zu uns passt. Zwischen 30 und 45, wenn es geht, so ein Jüngling, glaube ich, kann nicht mitvollziehen, wo wir irgendwie auch gedanklich oder von der Lebenssituation her sind. Du kannst noch so gut sein, das habe ich auch bei dem Casting mit dem Nils festgestellt, wenn du allerdings schon vornherein merkst, oh, das kann menschlich nicht gut gehen, dann geht es nicht. Es geht eher, dass jemand menschlich granatenmäßig reinpasst und musikalisch nicht total perfekt ist, als dass einer, der mega Hammersänger ist, der menschlich ein kleines bisschen im Arsch ist. Das wird nämlich dann auf gar keinen Fall funktionieren. Ja, es muss jemand sein, der auch kompromissbereit ist, der meiner Meinung nach viel Spaß haben muss einfach. Also es muss jetzt nicht ein Kasper sein oder sowas, aber der eine positive Grundeinstellung zum Leben und zur Musik hat, finde ich. Das ist ganz wichtig, weil das ist so das Gefühl, was ich ganz häufig habe, wenn wir zusammen sind, dass eine unheimlich positive Grundstimmung vorhanden ist, die auch die ganzen Wise Guys trägt. Eben auch die Bindung untereinander, die Bindung aber vor allem auch nach außen an Menschen, das Engagement für Leute, die es ein bisschen schwerer haben. Ich glaube, das Indien Engagement ist da beispielhaft, aber auch in diverse Projekte oder so, die wir unterstützen oder Leute, die wir besuchen. Die vermeintlichen Randaspekte des Miteinanders und der Begeisterung für die Fans und für soziale Projekte und für Afterglows, keine Ahnung, und für das Miteinander eben, dass dieser Sänger das alles eben auch hat. Im Optimalfall ist ein Mitglied der Wise Guys eben nicht jemand, der nur funktioniert, sondern der von sich aus auch etwas einbringt in die Band. Du musst im Endeffekt dein Leben nach dem Wise Guys ausrichten. Wir müssen schauen, wie wir es jetzt genau machen, ob es zum Casting kommt oder ob man einfach vorher schon Leute hat, die einen auch wirklich so direkt ansprechen. Es gibt ja vielleicht auch irgendwie A Cappella-Bands oder andere Bands, wo Leute sind, die Bock haben, sich umzuorientieren. Wir wollen um Gottes Willen niemanden aktiv abwerben, aber es kann ja sein, dass es da Leute gibt, die auf uns direkt zukommen. Wenn wir niemanden finden, der ja so in den nächsten Wochen und Monaten sich so bewirbt bei uns, dass wir den sofort quasi uns greifen, dann wird es wohl wieder zu so einem Casting kommen. Wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, hier, ich bin es und der ist es, dann können wir uns den ganzen Schritt mit dem Casting sparen. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir da wieder durch diesen Haufen Arbeit, aber es ist auch immer sehr, sehr interessant. Wir haben einmal einen Glücksgriff getan mit dem Nils und ich hoffe, dass uns das noch ein zweites Mal gelingt. Es gibt bestimmt irgendwo diesen Mann. Ich hoffe, der hat Zeit. So, jetzt habt ihr gesehen, was wir uns für jemanden vorstellen für unsere frei werdende Stelle ab 2013. Wenn du jemand bist, der menschlich zu uns passen könnte und ungefähr in unserem Alter ist. Wenn du jemand bist, der professionell Bass singt und zwar im Pop-Bereich. Wenn du jemand bist, der ab 2013 Zeit hat für eine Vollzeitstelle, die über das Singen auf den Bühnen und im Studio hinaus auch Platz haben muss für soziales Engagement und andere Aktivitäten. Dann freuen wir uns, wenn du dich bei uns bewirbst. Alle Infos findest du auf wiseguys.de und dann wünschen wir dir viel Glück. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.